Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, mit dem wir gleich Ausgilder Nummer 2, es ist mal wieder Rumble Time, gegen die German Toonsters. Gucken wir mal zu Ivar Bergs. In dem Fall fange ich erst mal hier mit dem Kleiderschrank an. Normalerweise müsste ich auch mit den Einzelnen wechseln gleich. So, die lila nebendran. Und das war's. Mit einer glatten 100, oder? Entschuldigung. Schon anderthalb Wochen, ey. Das ist nicht los. So. So, weiter geht's. Jetzt hätte ich hier die Möglichkeit über Marmalade 38 zu machen, oder eben hier über den Hangkill mit Running Back Hang 47 zu machen. Und dann entscheide ich mich natürlich für 47. Jetzt muss da nochmal Marmalade raus. Ich hätte echt gerne noch irgendwas zum Heilen hier, aber... Na, es wird trotzdem ne Glattonen net. Sehr nice. So. Perfekt. Kuttern. Mr. Business. Na mir egal jetzt. So, fertig. Kuttern. 100. Fünf Kombos gespielt. Sieben Matches sind noch da. In German Toonsten. Johnny. Oh, Johnny. Das war das leider nicht. Wir fangen jetzt erstmal mit Mr. Front an. Schon wieder mega ärgerlich, ne? Hätte ich das andersrum gespielt. Komm, so ist jetzt noch Rocket dann auch gleich down. Ja. 100. 100. So, noch sechs Stück. Caesar 88. Caesar 88. Caesar 88. Caesar 88. Caesar 88. Und was war denn hier? 100. Dave 89. 100 Wie viele Matches haben wir noch? 4 Stück Da Bausch keine 100 97 da baue ich du hast mich drei punkte gekostet habe ich war scheiße ärgerlich man gibt's doch gar nicht aber auch was machst du denn leer 100 nicht mehr ganz so laut weil ich gedacht habe ich mit einem perfekten match zustande so minimal zwei stück fehlen noch in rusty the greatest nein ich bin so blöd warum hab ich den bobby mit leon peter gespielt nochmal so rum jetzt hier das kann ich immer noch spielen 89 nur scheiße scheiße stanibla noch mal sie macht jetzt habe ich aber zum schluss ganz schön abgebaut egal schauen wir mal bei denen haben wir gekämpft ah scars of grey war der stärkste auch bei denen Dave980 hat auch noch einen 45 45 40 haben wir gekämpft bei denen bei uns zardos 990 georgios 990 gabriel di 985 joseph joseph 950 bedess charlie 930 marco number 500 960 manubaya 985 xtrike 990 mark fowl 954 berserker 939 lord universe 936 tristan 930 snorz 930 rovan 914 outlaw dick 999 raulito 906 andrelo simal raffi player bryant fanzinho br nice greetings to brasil scotty pippen liebe grüße coiler james schmobi bob bob max max quarkmüller albertus bb 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 vergan wonder heiler fred der p dann kommt mich da kommen wir noch einige punkte mit drauf enderson h liquid und auch da liebe grüße gehen dann nicht raus travis n sag ich jetzt nur mal ich weiß dass wir bei uns auf youtube mitschauen so also wenn es euch gefallen hat dann lasst mal einen Daumen nach oben da schreibt was die kommentare aboniert den kanal scheiß diesmal wieder haben wenn es wieder heißt animation throwdown mit mir dann gleich auch rein machts gut bis dann und tschüss